Das ist gar nicht mal so gut. Wir haben einen Massebeschleuniger. Wenn wir den verlieren, schafft es die Autumn nie in den Orbit. Noble Ankeys, wir sind auf der Plattform. Verstanden, Noble. Mein Pelican ist bereit. Schaffen Sie eine Landezone, dann komme ich. Auf geht's. Landezone. Natürlich. Jetzt geht's. Ich bemankele das Geschütz. Wie soll es nur das Paket noch nicht ankommen? Ja, ja. Vanagweber regelt das mal. Wie geht's? Sollte zumindest. Ja. Die Mocken sind Eindruck zu sehen. Jetzt macht er keinen Grund, nein, keine. Scheiße. Scheiße. Oh, ich hab's. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, ich bin seine Granate noch rein. Gebiet nicht sicher. Jetzt ist Gebiet sicher. Ja, ich bin immer da hin, wo keine Gegner sind. Ja. Oh, klar. Das hätte schneller umkriegt. Wie wurde ich dann hin? Ja. Ja, ich bin nicht sicher. Ja? Alter... Ich habe, ich bin nicht mehr Sinn. Ich habe noch nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin. Wir müssen sicherれた. Das war's für heute. Oh, Alter. Nach dem Knüppel. Oh, shit. Ja, nice. Den Knüppel nehme ich mir einfach mal. Knüppel mal rein da. Ja, mach ich. Oh, Gott. Sehr gut, kaputt. Egal, den nehme ich mir nochmal. Dann willst du nochmal rein. Ja, mach ich ja. Ach, natürlich. Aber morg. Oh, man. Oh. Hm? So nämlich Ja Achso Oh nein Genau Da wird es Alles klar Also großen haben wir Wenn ich das so sehe Die ist hier Direkter Kurs auf Plattform Delta Bereit zum Empfang des Pakets Schöne dir zu sehen Spotten Wie Holzi sagte Auf sie ist Verlass Nicht nur auf mich, Sir Nun wird sie nicht vergessen Kreuzer Nimm Kurs auf die Orden Noble 4 Feuer auf den Kreuzer Sonst kommen wir hier nicht raus Haben Sie gehört? Keine Sorge, Sir Brücke Hier spricht der Käpt'n Paket gesichert Zurück zur Orden Over Verstanden Nächster Ich bin so weit Wie steht's mit dir? Lieutenant Kommen Sie Wir müssen ihr schleunigst weg Negativ Übernehme das Geschütz Viel Glück, Sir Viel Glücksbaden Viel Glücksbaden Jo, und wieder einer weniger Ja Nur noch wir beide Wenn wir fliegen Ja Sieht sich nicht gut aus Für uns Absolut nicht Hm Hm Na gut Wollen wir mal auf das Wollen wir mal auf das so doch hat es mich zerflettet ja und dann haben wir es auch verloren jetzt ja die hauen da ordentlich rein du das ist ja gesagt zack zack pizzer wahrscheinlich ja auch geil an einer pizza kann ich mir gleich noch gerne machen da werde ich ja nicht überleben ja das war meine schuld kein problem da kommen mehrere schiffe auf uns zu ja schon drauf kreuzer gleich in position holen sie ihn runter ja holen sie einmal runter lieutenant commander wirst du dann rechts 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 ja genau gut das ding noch einer von rechts ist doch nicht da so macht das doch spaß ja es ist wie mohrhut ja 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 beste sache sehr gut alle stationen startbereit machen ja 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 Wir sind unterwegs. Wir haben das Paket. Wir sind unterwegs. Gorkana, haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Gorkana, haben wir sie abgehängt? 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 Ben schnell, erst mal清ter. Tja, wiererdeebe. Oh, jetzt ist das noch frisch. Ja, das ist ja schwierig. Wie sollen wir uns das abgehängt? Ja, ich weiß auch nicht. Ich war hier. Dann wollen wir doch mal... Ja, ein bisschen aufräumen. Ein bisschen aufräumen, genau. So, wie es geht. Gute Schachträger. Gibt es nicht? Was denn? Ja, wie ein Garmin hier. Ich glaube nicht, wenn ich rauskomme. Oh, weil es heißt, es wird die Schachträger. Da muss ich wieder stammeln. Ja. Oh. Oh, das warst du mich. Äh, das ist nicht gut. Äh. 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 Das ist aber auch ein Selbstmordkommando. Ist halt wirklich so. Das für eine Brüssessmetallie. Ganz viele sind bei mir bei meinem Leichnam, ja? Ja. Aber das werde ich lange nicht überleben. Aber das werde ich lange nicht überleben. Ja. 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 ремasch. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Anfang von Halo Das war Halo Reach Richtig Ja krass, hätte ich nicht gedacht, dass das so geht oder so endet Bis jetzt, weil es so anfängt Ja Ja, das Ende vom Anfang Also, liebe Zuschauer, wenn ihr das bis zum Ende jetzt gesehen habt, könnt ihr euch darauf einstellen Es wird die nächsten Diensttage und Donnerstage Halo kommen Weil wir wollen aus der Master Chief Collection alle Teile tatsächlich durchspielen Ja Und immer an den bekannten Tagen Das wird ein Fest Das, ja, ich freue mich drauf Ich habe Bock drauf Ich mich auch, auf jeden Fall Und ich würde auch sagen, dann geht es auch schon nächstes Mal weiter mit Halo Ja Das war mit dem allerersten Teil, der zum allerersten Mal rauskam Richtig Ich habe 90er Jahre, irgendwie sowas, 95, 96 Ja Ist schon ein bisschen älteres Teil Krass Ja, werden wir sehen Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal dann Macht's gut Tschüss